Heilige deutsche Memes und deutsche Memes, die unge mit ins Portal nahm. Deutsche Memes, meine Freunde. Notification Gang, we lit. Notification Gang, we lit. Yee. Check. Heutzutage rauchen, hören, dort mero, ich mit 10. Genau das, Digga, genau das. Mkara para tutorial, Digga. Diese Medikamente, alle 2 mm, äh, alle... Mein Gehörter wird nach Hause, damit ich nichts verliessere. Junge. Mein Kollege Milch fragt, warum ich bei Uno immer die Plus-4-Karte bekomme. Wenn ich am Kartentisch sitze, ist das kein Glücksspiel. Mit einem Kartenspiel kann ich Sachen anstellen, die vielleicht noch 5 weitere Leute in diesem Land können. Aber jetzt steht er hier, in seiner gewissen Mächtigkeit. Wir haben ordentlich dran gearbeitet. Dickes Ding. Digga. Klickt, Mann. Komme ich jetzt hier weg? I. Hallo. Ich komme nicht weg. Ach, jetzt. Ja, lost. Ich wusste ja nicht, was das war. Ich hab's einfach aus dem Sinn draufgeklickt. Natürlich, Bro, natürlich. Ich in der Schulpause, wenn mein Freund krank ist, steck mich an. Komm schon, Professor. Ich muss ihn zu Abstand halten. Peach, wenn ich so... Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist... Digga. Das ist... Un... Das ist unglaublich. Alter. Mario. Alter, ich sag dir ehrlich, was du machst, ist unfassbar. Warte mal kurz, eine Sache muss ich jetzt loswerden. Merkt ihr das nicht? Wirklich, ich frage euch. Merkt ihr das nicht? Deutschrap ist... Fresh. Fresher denn je. Fresher denn je. Deutschrap ist fresher denn je, Leute. Fucking Jerry Frakes. Komplett auf Paranoia. Trinkt aus irgendwelchen Flüssen. Ich bin hier in Berchtesgarden. Was ist mit diesem Mann los, Digga? Ich bin hier in Berchtesgarden. Ich glaube nicht. Bro. Schießt. Bro. Ganz wild. Was ich schade finde, ist, dass die Sängerin im Titel nicht erwähnt wird. Also, dass da nicht irgendwie steht, Leon Machère Featuring. Die wollte das nicht, Digga. Die wollte das nicht. Keine Ahnung, wer es ist. Also, ich weiß es ja leider nicht, weil es nicht im Titel steht. Fidwanya. Aja. Simon, Aja. Dieter, kannst du mir einen Nagel in die Wand hauen? Ich habe den besten Nagel meiner Hild, Leute. Warte. Internetführerschein. Ich bin immer noch dafür. Einmal eins ist zu Ende, Leute. Jetzt werden 29 Cent draufgelegt. Da wir alle kein Geld haben, können wir das auch komplett vergessen. Das bin einfach ich. Das bin einfach ich. Ich sage, gib mir Shots. Ich trinke einen Tequila. Ich muss kotzen. Das bin einfach ich beim Feiern. Das bin einfach ich. Revi, trinken wir einen Shot? Natürlich. Ich kotze direkt. So ein geiler Clip. Also, irgendwie finde ich es nein. Wie viele Menschen haben Ohrenkrebs? Oh, 2,2 Millionen. Okay. Äh, Achtung, passt mal auf. Jetzt höre, was sich begeistert. Spotify, Mero. Wie viele Leute hören Mero? 2 Millionen? Bro, what the fuck, Alter. Was, Digga? Wie kann denn so ein Elefant Lutsch? Sau. Dach. 1 zu 1, genauso ich. Er denkt sich nur, wohin mit diesem Land, wohin? Mann, fuck, wer bist du denn? Schöne Grüße an den Mathelehrer. Haltet doch einfach alle das Maul. Poelisa, dankeschön für deinen fünften Re-Sub. Fick mich in die Fresse, du bist eine Doppelhure, ich fick in deinen Arsch, ich bitte um Entschuldigung und danach leckst du ab, blase bis du kotzt, aber kotzt auf meinen Schwanz, lieb bloß in dein Maul, bis die Fotze richtig brennt. Sagen Sie mal. Ist Ihnen das eigentlich peinlich? Nö. Ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. So ein Ding, so ein Ding nämlich. Mir leid, Lois, ich weiß, dass wir den Mount Everest nicht besteigen können, aber der Karl hat mich so aufgeregt und ich wollte es ihm heimzahmen. Was machst du denn? Junge, wenn man auf der Zugspitze ist, muss man doch einfach manchmal dableiben, das ist so. Mit deinem Kumpel, wenn er Liebeskummer hat, was ist so deine Strategie dann? Oh, das ist ganz einfach, ich sage ihm einfach, dass er Mann werden soll. So ein Ding ist das nämlich, keine Zeit für Gefühle bei Männern. Was? Ja, Liebeskummer ist ein Trugschluss. Ja, leck, wett, Mann, du Hund! Manuel, was soll ich machen? Meine Freundin hat mich verlassen, aber ich liebe sie doch. Voila! Erstmal TV-Gumme, die Jungs gewesen. Hol alles! Ich stich alles ab! Ich stich alles ab! Mann, du machst mich kaputt! Du machst mich kaputt! Zitrone ist hier, also, Digger. Brauchen wir gar nicht drüber reden, Chat. Abo, die machen mich kaputt zu viel! Ey, 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 so geht's ja mal nicht. Das ist doch der Scheiß. Ich will rein! Eins zu eins, glaube ich, schon mal so passiert. Schau, das hätte ich gerne gesehen. Leere, wo ist dein Haus? Kommt zu Hause. Ha, ich habe meinen Schwanz in den letzten drei Jahren hart trainiert. Jetzt habe ich keinen Schwachpunkt. Jetzt kannst du ihn so fest drücken oder so feste daran ziehen, wie du willst. Folge von Dragon Ball habe ich nicht gesehen. Meine Selbstbeherrschung ist so groß, dass mir das nichts mehr ausmacht. Vicky, wenn er eine Idee hat, sagt, Digger. Bro, mach mal Seiten auf Notre Dame wegen Feuer, ne? Seh schon. Äh, wie, äh, Dings, sag schnell, äh, wie... Ach, Digger, jetzt habe ich Alzheimer, jetzt weiß ich gar nicht. Achso, ne, ja, moin. Ach doch, ja, bestes Leben. Ganz ehrlich, Alter, kann man mir nicht sagen, kann man mir nicht sagen, dass der nur alkoholfrei trinkt. Hoooooooh. Hahahaha. Das Arsenal habe ich geklaut von Polizei. Bruder, was trage ich mit deinen Storys jedes Mal? Oder so. Wallah, ich habe irgendwas mit 3,50 Euro oder so bezahlt. Wallah, billah, mein Herz hat so wehgetan, ne? Ich weiß gar nicht, ich hatte fast Herzinfarkt. Die Kassiererin scannt das so ein. Jedes Mal, als diese Ton kam, diese Beep, habe ich so einen Herzinfarkt bekommen. Die dachte, ich bin behindert. Ich wurde genau krank. Kill, killer, killer, Digger. Killer, killer, killer. Das war auf den so krass schmerzhaft, ne? Eine goldene Rolex am Arm, das schreckt schon mal viele virale Sachen ab. Hahahaha. Digger, wie kommt man auf sowas? Eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Das ist so ein Assi-Clip. Ich kann einfach aufstehen und laufen, ihr nicht. Wir laufen. Ich kann gehen. Ich wollte, ich... Digger, also ganz ehrlich, imagine, du bist so ein Kind. Und du bist so... Du bist so... Du bist so 14 oder so 8. So sind ja Kinder in dem Alter. Und dann seid ihr so... Seid ihr so Willis Wissen-Fan? Und dieser Hur und so kommt einfach in eure... Eure Rollstuhl-Basketball-Gruppe gesteppt und frontet euch dafür, dass ihr nicht laufen könnt. Digger, was für ein Wichser. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ihr fragt euch, warum habe ich das jetzt gemacht? Ich sage es euch. Einfach, weil ich es ausprobieren wollte. Ich wollte gerade diesen Geschmack nachempfinden. Hahahaha. Deine Fresse, du Huren! 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 Digger, ich schwöre. Ich schwöre, Junge, bei uns. Geh mal bitte dann eben an Homo-Overland-Projektor und die ganze Klasse so... Hey, du Huren soll raus! Das ist unser! Bruder, ganz wild, Digger, ganz wild. Mit Raketenwerfer, Digger. Dieser Mann hat einen Raketenwerfer. Es gibt Kindergeld. Let's go! Und dann habe ich halt einfach mal ins Blaue reingefragt, wie es bei ihr eigentlich aussieht, ob sie eigentlich einen Freund hat. Ja, das Ganze wurde vor sieben Stunden gesehen. Genau. Und wisst ihr, was die Antwort war? Keine. Ganz genau. Nichts. Kann nichts erzählen. Oh, Junge. Sehr stark, Digger. Merkt eine weitere Folge Deutschlands, Leute. Ich bin heiß und hungrig. Dieses Intro ist absolute Kotze, wirklich. Kannst du das bitte wegmachen, Junge? Auch mit diesem komischen, dieser Käseraspel hier links. Was soll das? Okay, mhm, alles klar. Okay, mhm, okay. Puh. Ich glaube nicht an. Die sind elegant, die sind zeitlos, wie für die Vitrine gemacht. Digga, kennt ihr das jetzt mal kurz unter uns? Wir sind ja hier unter uns mit 4200 Leuten. Kennt ihr das, wenn ihr so kackt und ihr spült nicht ab, sondern ihr guckt nochmal, wie ihr gekackt habt. Ihr schaut nochmal auf eure Kacke und denkt euch, müsste ich eigentlich fotografieren. Kennt ihr das? Ist das ein Moment, wo wir alle zu relaten können, dass man auch ein Stück weit stolz ist, was man da gekackt hat? Viele Zweien. Verstehe ich nicht. Ihr habt noch nie richtig gelebt. Rein mit der Portal Gun. Soll ich mir einmal ganz kurz angucken? Ihr seid ein Idiot, Alter. Schon lustig, doch. Digga. So ein Hundesohn, dieser Junge. Ist er aber wirklich, ist er aber komplett wirklich, Simon. Guckt euch diesen Hundesohn an. Ich bin schlau und nicht dumm. Ich schaffe alles. Wenn ich will, schaffe ich alles. Ja. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Dauert auch immer ein bisschen, wenn der Lehrer sagt, dass du zu spät bist. Wie? Ich habe mich voll schnell gefühlt. 1,26. Lord Farquard von Anhaltiger. Diese Namen werden immer abgedrehter. Gurkensohn. Was ist das für ein Clip? Warum nicht? Warum muss alles im Leben immer so schwierig scheinen? Warum muss ich bei allen Mauerarbeiten immer versagen? Der Lehrer, wenn er die Arbeiten vor seinen Hassschülern korrigiert. Wir haben zwei Antworten und beide Antworten sind nämlich falsch. Digga, geil. Eule. Wenn ich weiter saufen will, meine Freunde mich aber daran hindern. Leute, ich kenne mich. 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 Simon, ich glaube, du kennst dich nicht. Kein anderer kennt dich wirklich. In dir schweben sechs bis acht verschiedene Persönlichkeiten. Lass dich wirklich endlich untersuchen. Ich kenne mich. Irgendwann später. Digga, bitte lass irgendwas auf ihn schießen. Ja, geht doch. Lost. Junge. Ich bin auch krank. Da freut man sich, Digga. Da freut man sich. Jawohl. Überlegt mal. Montes Sub-Call damals. Tausend Subs. Wahnsinn. Hab ich nicht verstanden. Aber jetzt bin ich über... Wenn man sich das erste Mal Gras kauft und im Voraus zehn Videos über den Jointbau angeschaut hat. Dumm. Dumm. Es gibt immer irgendwen, der das kann. Über den initialen Schock hinweg. Man macht die Tüten auf alles grün. Also die ersten Tüten ja nicht. Die ersten Tüten behandeln ja unten nur die Technik. Deutsch. Außerdem begrüßen auf ihrer Sprache. Das ist kein Deutsch. Raus. So weit raus. Alles klar, Bro. Entspann dich. Digga. Gestern im Supermarkt noch passiert. Was war gestern für den Tag? Sonntag. Da war ich nicht einkaufen. Dann war es vorgestern oder am Freitag. Ich habe keine Ahnung mehr von Zeitzonen. Ich lebe einfach nur noch in so einer Matrix. Kasse macht auf. Ich stehe schon mit meinem Wagen. Typ schmeißt einfach Sachen vor meinen Wagen. So Klopapierrolle. Sagt. Sorry. Hebt die auf. Stellt sich vor mich. Ich so. Danke, Bro. Ey Nico, Bock auf Wurst? Ach Steffen, ich dachte, das wäre die andere Wurst. Ach Mann, Steffen. Wenn du mit deinem Bro wickst. Bro, wir sind am kommen. Nein. Nein. Die Jasse, der Dennis und ich. Wir wollen gerade zum Eis essen gehen. Äh, Eis essen gehen. Das habe ich so einfach gesagt. Kann dieser Typ aufhören, Behinderte zu fronten? Was ist das Problem von Willi, will es wissen? Warum frontet dieser Mann die ganze Zeit Behinderte? Warum, Digga? Bro. Ich will, dass der 1 gegen 1 gegen Leroy macht. Und Leroy kriegt eine Waffe, Alter. Ein Messer oder sowas. Gehen. Das geht schlecht beim Dennis. Digga, du bist ein Wichser. Willi, will es wissen. Willi will es wichsen, Alter. Wir brauchen nicht meistens einen Rollstuhl dafür. Boah, Junge. Boah, Junge. Boah. Boah. Boah.